Ja genau, das zieht sich ganz schön alleine. Einmal bist du hälter und dann von der anderen Seite. Also es hat sich ja Feuerstellen gefunden, die nicht verbrannten, noch nicht verbrannten. Ich versuche jetzt noch mal ein Backen von dem Feuerstein, mal sehen ob ich... So lange das noch fliegt, lege ich noch ein paar Stücke ab. Also es ist wunderbar, sollte man dann doch in der Zwischenzustand wieder arbeiten. Ja, er sagte, er hatte den gestern oder sowas. Nein. Dann scheint das komplett. Okay. Yes. Bisschen zerschnippelt. Dann hast du ja nicht mehr genug Fläche, um den Funken abzufangen. Den habe ich nicht behandelt hier. Den habe ich nicht behandelt, damit er etwas länger leben kann. Dann kommt gleich. Scheiße. Braust ein Feuerzeug? Ja, jetzt. Am besten benutzt man... Also wenn du hier... Glaube ich... Ich glaube, hier schmeißen wir... Die Dahlia wollen... Sehr, sehr viel Wasser und kaum Öl. Dann von der Seite... Hier... Von dieser Seite... Dann setze ich wieder an. Hier... Kann ich... Oder auch nicht. So. Die war das. Jetzt noch meinen Beutel zumachen und dann... Wenn ich bereits für neue Aufgaben... Ich würde das auch gerne versuchen. Aber ich weiß nicht, ob das Video funktioniert. Das war's, ne? Ja. Bisschen schon... Ja. Also für die paar Messerklinge, die wir haben, reicht's auf jeden Fall. Und das ist ja auch genial, ne? Scheiße Bittsche. Aber das ist der größte Schwachsinn. Weil du musst es ja sowieso erhitzen, ne? Aufsteigen. Ja. Wenn man gerne ein Zimmer haben will... Also für die nächste Dienung? Ich der ist ja... Ja.